So, wir klickern uns mal durch, da kommt eins, ja achso, hier haben wir noch die Vipan, die in der Farm lassen wir mal da runterfahren hier. Was macht das Modul? Das ist bestimmt fertig, oder? Dann stellt sich natürlich die Frage, ob ich das blöde Ding hier sockeln kann. Ja, kann ich, sehr schön. So, Kriegsschiff. Ähm, eins, zwei, das ist gar nicht wahr. Und die dann jetzt hier. So, haben wir hier irgendwo noch ein bisschen Hafenplatz, Jungs und Mädels? Weit echt nicht? Doch. So, sollte reichen. Jo, und. Komm, bauen wir hier noch einen Koloss aus? Ich bin dafür, ja. Und du kannst dich mal wieder reparieren gehen? Fahrzeug fertiggestellt. Mehr will ich aber eigentlich nicht aufsteigen lassen. Die braucht alle nur einziehen. So, Schiffchen. 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 Gebäudeauswahl vergrößert. So. Registriere neues Fahrzeug. Registriere neues Fahrzeug. Können wir noch eins? Können ja sogar noch zwei. Nein, ich mach noch eins. Und dann nehmen wir uns um die zweite Werf vor. Wo sind die Weibern? Ja. Ach, du blödes Hoverkraft. Das ist total clever, wenn du voran fährst. Selbst mal da stehen. So, eine ist schon weg. Und eigentlich schwimmen wir jetzt nur noch zwei Weibern. Aber hier draußen schwimmt jetzt natürlich noch so einiges rum. Oh, ey. Wahnsinn. Komm mal hier lang. Da ist das Hoverkraft. Also, eigentlich hätte ich die... Oh, Gott. Diese Einheit ist ersetzbar. Oh. Ach, jetzt habe ich aber gleich alle außer Kampf gesetzt, oder was? Das ist ja Quark. Ja, jetzt bin ich auch in meinem Video umfähig, oder was? Na gut, man lernt offensichtlich nie aus. Das heißt, die schießen da auch gerade gar nicht, oder was? Nur mein eigenes Schiff. Nur das kleine Schiff, die schießt da gerade. Das ist ja auch fantastisch. Nein. Na, das ist ja mal super. Wie lange hält denn das? Vier Minuten. Na geil. Bis dahin haben die da hinten mal ein Schiff abgeschossen. Oder aber schießt zumindest nicht auf das Hovercraft, was da schon mal ganz okay ist. Jetzt schießt er drauf. Lass es mal kurz ablaufen. Handelsroute ineffizient. Keine Waren verfügbar. Daneben. Wir brauchen noch... Produzieren sie schwere Waffen. Ja, habe ich offensichtlich noch nicht so viel produziert. Ah ja. So, hier, Jungs. Oh ja, klar. Fahrt wieder genau von der Seite ran. Genau von der Seite sollt ihr nicht ranfahren. Also... Wisst ihr ja. Dann haut mal drauf, Jungs. Das sollte ja hoffentlich mit der Schlagkraft ein bisschen fixer gehen. Ich habe eine Fliege hier. Puh, puh. Ja, offensichtlich stelle ich mich da dann doch ein bisschen blöd bei an. Ja. Sehr schön. Erledigen Sie diesen Auftrag möglichst zügig. Was ist denn das für ein Schiff? Oh, ein Böses. Oh. Du sammelst das mal ein. Und dann fährst du bitte damit hier runter. Das werden wir unten brauchen. Hm. Ja, ist die Frage, ob wir uns hier oben jetzt die Arbeit machen müssen. Schieß mal. Ich schieße mal hier runter. Ich lasse die mal wieder hier runterfahren. Ähm. Okay. Mit E. So. Was brauchen wir? Universelle Präzisionsgeschütze. Ähm. Universelle Präzisionsgeschütze. Da. Brauchen wir einen Generator. Super, dass wir eine Vorstellung gebaut haben. Das kommt gerade. Und was ist das? Impactverstärker. Aha. Was ist denn das? Impactverstärker. Oh, Munition und Kerosin. Na, alte Scheiße. Entschuldigt. Wenn ich das jetzt mal so sage. Kerosin können wir bestimmt hier herstellen. Was braucht Kerosin nochmal? Ach so, Quatsch. Wir haben ja hier unten bestimmt auch... Kriegen wir doch bestimmt immer noch hier. Daraus können wir doch... bei den Tags... Kerosin herstellen. So. Und dann brauchst du noch was? Was brauchst du noch? Was hab ich vergessen? Das brauchen wir mal. Kerosin und Munition. Ich glaube, Munition könnten wir aber noch von hier oben liefern, oder? Hier haben wir doch bestimmt noch Munition rum zu keuchen und fleuchen. Genau. Bringen wir mal... Können wir ruhig so ein Hovercraft hier einfach nur nehmen. Die gehen ja relativ fix. Ein so ein Stack hier rüber. Kerosin kommt. Was ist dich noch nicht? Naja, muss anlaufen. So. Und du nimmst... Das hat mir gesagt Munition, ne? Ach so, du kannst nur... Du kannst wirklich nur 20, ja? Na gut, soll mir reichen. Und gut. So, damit sollten wir das eine haben und das andere folgt gleich. Da kommt langsam das Kerosin. Na, warten wir mal hier, bis wir hier auf 10 kommen. Dann kann es ja eigentlich nicht dauern, so lange. Hm. So. Modulentwicklung abgeschlossen. So. Irgendeins der Schiffe, du... Kannst damit noch dienen. So. So, jetzt haben wir nur noch diese blöde Geschichte und mit der weiß ich nicht so wirklich, ohne dass Father Scanner-Inhalten sie entdecken. So. So. Hm. Beliefert werden. Also ich vermute, dass ich schon mit einem U-Boot hier unten ran muss. Ja. Super, ich bin... Das macht dann das blöde Modul jetzt bitte. Das ist auch ein Archenmodul. Das heißt, wir nehmen auch hier mal hier ein kleines Hoberquart. Nee, das nicht. Das ist meins mit der EMP-Granate. Und dann nimmst du das mal und fährst doch mal bitte zur Eiche. Ja. Das gab doch irgendwie so ein Tarnungsding oder... Achso, nee. Das ist ja das, was wir doch bauen müssen. Ja, ja. Das kennen wir ja schon. Deswegen hat er es gerade weggetragen. Entschuldigt. Wo ist denn unser U-Boot? U-Boot. Steht denn unser Arche rum? So. Ja, nein. Zu ihren Diensten. So. Und den ganzen Trude mal bitte noch einmal sockeln. Und das Ganze macht dann... Verbessert alle Fahrzeuge in diesem Sektor Angriff. Stärke plus 15. Ah, immerhin. Ich stehe zu ihrer Verfügung. Das finde ich schon gar nicht so schlecht. So. Ihr seid alle soweit ganz. Denn mal bitte hier raus. Die Viper kann auch hier raus. Denn hing hier irgendwo noch eine, ne? So. Du kannst auch hier raus. So. Und du bist unser U-Boot. Ja, denn würde ich mal sagen... Ich weiß nicht, macht das Sinn, die Dinger hier? Also, wir haben hier halt echt viele U-Boote, ne? Da ist die Arche. Ich glaube, das hier... Ich glaube, das hier sind die... Die Scanner-Einheiten. Und das andere sind einfache U-Boote, die wir theoretisch auch abschießen könnten, ne? Was auch immer wir machen. Wir ziehen hier erst mal... Wohl, wir ziehen mal hier hin, weil hier drüben ist...